so da bin ich wieder nein keine angst ich mache nicht noch ein spinn wie spinne ich das filmchen das gibt es genug im netz unter anderem auch schon die man nur als spezialistin und ich möchte mich heute eigentlich nur darauf beschränken ein klein wenig auf die verschiedenen fasern einzugehen und dann einen schal spinnen und dazu heiße ich euch wieder herzlich willkommen und nun geht's los es gibt natürlich verschiedene spindeln das ist eine russische version das auch so genannte russische spindel dazu gibt es diese unterstützung die klemmt man sich zwischen zwischen die knie und dann kann man hier spielen was ich damit schon gemacht habe ist alpaka weitere spindeln die ich mir gekauft habe sind die hier das sind wohl spindeln und da ist schafswolle drauf hier das ist eine amerikanische eine indianische spindel hier haben wir eine maya so genannte maya spindel eine türkische kreuzspindel eine stockspindel habe ich mir gemacht die kann man auch auf zwei verschiedene arten weise benutzen dann hat mir mein mann aus einem mörser aus dem flohmarkt ein jennigan gemacht und zu guter letzt noch so verschiedene selbst gewerkelte aus luft trocknenden ton das sind wechselwirtel die kann man ab machen und die hier die mag ich sogar sehr gerne die haben dann verschiedene gewichtsarten und dazu habe ich normale stöckchen benutzt beziehungsweise essstäbchen und das letzte da habe ich zum beispiel baumwolle mit gesponnen das ist das hier das sind alte garnspulen die ich ebenso verwende dann habe ich hier am garnen außer dem alpaka habe ich hundewolle von verschiedenen hunderassen unter anderem auch von unserer pia das ist irgend ein pudelartiges straßen mädchen und da ist überraschenderweise die wolle relativ weich also nicht stachelig obwohl sie sehr lockig ist das ist eine etwas stacheligere version das ist auch ein pudel mädchen und das stammt auch hier vom ort aber die hat etwas festere etwas körnigere fasern und hier mein größter schatz das ist perserkatzen wollen und die stammt von unserer dotty einer relativ dunklen perserkatzen einer cleo die war hellrot dann lana lana war weiß und meine charlie alle vier waren tierschutzkatzen die bei uns geblieben sind aus verschiedenen gründen chronischen katzenschnupfen alter und ja mit vielen bewegen die nicht vermittelt werden konnten die landeten bei mir und hatten hier ein schönes leben und ich die schöne wolle nur ist das schon lange her und ich konnte mich bisher noch nicht dazu überwinden etwas daraus zu machen aber jetzt im zuge dieser filmreihe möchte ich aus diesen cut aus der katzenwolle und natürlich auch später aus der hundewolle in der nächsten folge verschiedenes machen wie zum beispiel schals schals in verschiedener ausführung da ich grobe und sehr feine fasern habe dazu lade ich euch jetzt ein so wie man sehen kann dann sind wir umgezogen das war früher mal waren das zwei kinderzimmer das ist jetzt ein raum wird als gäste zimmer oder ankerzimmer genutzt und natürlich auch als arbeitsraum wie man sehen kann ich spanne meine kette für den schal einfach weil ich hier keinen keinen direkt zettel habe spanne ich zwischen kett leiste und diesen sapfen davon spanne ich meine kette ich messe die länge ab die ich brauche und dann wird zuerst einmal gespannt das heißt ich nutze die wehbladen als zettel und ziehe meine kette über die zapfen und zurück hin und her so lang soweit ich sie brauche meine mähne habe ich mal gezähmt weil das wird jetzt eine schmeißtreibende arbeit ich knote die anfänge fest zwei knolle nehme ich das heißt ich brauche für dieses glatterkamm den ich da drin habe brauche ich ein faden pro schlitz und jeder fünfte wird doppelt belegt ich gehe also durch mit beiden fäden und gehe durch einen schlitz gehe durch einen schlitz im gatterkamm ein so breit sollte er nicht werden der schaden dann ziehe ich nach so lang bis ich am zapfen bin lege die beiden fäden über den zapfen und gehe zurück das heißt ich habe mit einer tour vier fäden gespannt also habe ich vier schlitzel damit kann ich vier schlitzel damit belegen das ist ein relativ dick gesponnenes gang dann gehe ich zurück lege die beiden fäden um den stab herum und jetzt muss ich die litzen abzählen die ich brauche eins zwei vorne und eins zwei hinten und durch den schlitz der jetzt entstanden ist kommen die nächsten fäden durch das heißt ein vierer pack eins zwei drei durchfädeln wieder über den zapfen legen zurück bis zum kittstab dann lege ich die wieder drüber zähle ab zwei vorne zwei hinten und fahr durch und zähle wieder die schlitzel ab und das mache ich bis ich die entsprechende breite habe jetzt möchte ich noch einmal nach vorsichtshalber 150 bis hierher ja das reicht voll aus um die kettdichte zu erfahren habe ich vom garn etwas über den stab gewickelt und abgemessen und hier sieht man wie es dann aussieht mit dem spannen so die kette ist komplett 60 fäden das heißt 15 touren habe ich machen müssen 15 mal hier hin und wieder zurück ist also nicht so tragisch ist relativ schnell erledigt und die paar meter sind fitness jetzt möchte ich das natürlich auf den kettbaum bekommen und da ich selten eine zweite dritte vierte hand habe die die kette hält habe ich das jetzt so gelöst praktisch man kann natürlich auch flaschen statt diese stifte nehmen aber so geht das wirklich gut und ich kann den kettbaum aufziehen und so lange bis mein tischwerkstuhl anfängt zu kippeln dann kommt der tischwerkstuhl dann kommt der tischwerkstuhl dann kommt der tischwerkstuhl dann kommt der tischwerkstuhl da sind sie doch meine streifen die kommen natürlich auch noch rein so jetzt kann ich die ganze kette bequem rein Stück für Stück auf den kettbaum bringen gleichmäßig gespannt und da hinten alles noch komplett ist und das mache ich bis fast zum schluss wieder den tischwerkstuhl schieben und wieder schon ein wenig schweißfreund aber noch relativ problemlos zu bewerkstelligen die kette ist drauf und ich habe meine lage wieder entknotet und nun geht es ans einfädeln das heißt ich fange auf einer seite an schneide mir auf da brauche ich meine schere dazu da habe ich die erste schlinge die schneide ich jetzt auf dann ziehe ich die durch jetzt nach hinten und nun wird eingefädelt das heißt der erste faden hinten der zweite faden vorne das kommt jetzt alles in die litze das kommt jetzt alles in die litze wie gesagt das ist etwas dickeres gang so ein grober schal werden und da geht es relativ schnell und wenn ich das habe dann kommen natürlich die kettfäden auch vorne in die lade hinein und zwar so wie ich das ausgerechnet habe ein faden pro schlitz und im vierten schlitz wird doppelt belegt im vierten schlitz kommt immer in den fünften schlitz in den fünften jeweils im fünften werden zwei fäden eingefädelt so jetzt habe ich schon den ersten stoß eingefädelt einmal im litzen einmal im kamm und jetzt brauche ich noch meine anknoten vorne am warenbaum und die mache ich folgendermaßen ich mache die erst einmal nur ganz nur ganz locker einmal nur eine schlinge eine schlaufe quasi das heißt ich lege den faden so durch mache ich eine schlaufe und damit es einmal einen halt hat jetzt muss ich aber erst einmal jedes bündel in seine litze einziehen und jeden faden seinen platz im kamm zuweisen so ich habe jetzt fast alle fäden eingefädelt und kann bald mit dem wem anfangen die methode die ich euch heute gezeigt habe oder zeige die mag vielleicht für einige etwas seltsam wirken aber für mich für meinen bedarf ist sie genau das richtige was ich brauche denn ich stelle keine meterware her ich möchte das nicht mir macht es spaß Materialien auszuprobieren Muster auszuprobieren und da möchte ich keine 10 oder 20 teile davon haben sondern ich möchte einzelstücke zum verschenken zum selbstbrauch und natürlich der spaß an der sache und dazu brauche ich dann normalerweise immer nur eine kette für ein stück ob das jetzt ein schal ist oder eine decke oder auch spitzen wie bei der bandreberei und dafür ist diese methode für mich jedenfalls genau das richtige so der letzte knoten nach hinten gut dann muss ich den rest noch vorne einfädeln nach dem prinzip vier fäden einzeln und zwei fäden ins fünfte das nächsten zwei die kommen einfach so nun kann ich die gesicherten enden wieder aufmachen weil ich die so lang natürlich nicht brauche das ist ja nur eine schleife die ich gemacht habe das geht also ganz schnell wieder auf und dann wird richtig geknotet und zwar so dass man sie nachher beim fertigen Stück auch leicht wieder aufbekommt ich möchte die strecke darin die ich zum verknoten habe möchte ich natürlich nicht verlieren nach möglichkeit sondern als fransen nutzen oder eben als schmuckrand verwenden und dazu müssen die knoten leicht wieder zu öffnen sein so wie hier das mache ich folgendermaßen muss jetzt zuerst die länge etwas kürzen das heißt jetzt ziehe ich etwas nach reicht das noch zum knoten ja nicht ganz ein wenig zu viel so ich nehme mir die mittleren fäden als maß dann nehme ich dann nehme ich mir vier fäden und zwar von oben nach unten schlinge ich entschuldigung von unten nach oben schlinge ich rum dann lege ich die enden die halbierten enden unten einmal über kreuz und dann mache ich einen doppelknoten das heißt einen zweimal geschlungenen knoten einmal und nochmal mehr nicht das ist völlig ausreichend wie das dann aufgeht zeige ich euch zum schluss das ist eine wunderbare sache das mache ich jetzt mit allen fäden die ich hier habe unten durch oben drüber das bündel halbieren einmal unter den fäden verkreuzen nur verkreuzen nach oben und zweimal die fäden verschlingen und nicht zu fest ziehen es reicht völlig aus einfach nur ziehen die halten wunderbar so ich habe schon ein stück gewählt und habe ich entschlossen kein muster rein zu machen weil diese gruppe struktur mir sehr gefällt allerdings habe ich einen knäuel der etwas dunkler ist als der rest und den arbeite ich jetzt wie man hier sehen kann ist schon ein unterschied zu sehen ein bisschen was ist da drin den arbeite ich jetzt unregelmäßig in unregelmäßigen breiten ein dazu muss ich natürlich immer einen anfang und ein ende machen und zwar geht das folgendermaßen und zwar geht das folgendermaßen ich wechsel das fach und lege den faden ein quasi zum verwarten dann komme ich von der anderen seite mit dem anderen gang auch durch wechsel das fach und dann wird der anfangsfaden vom zweiten gang auch verwahrt so kommt auf jede seite eine etwas dickere stelle aber es fällt kaum auf mit wäre ich jetzt hätte ich jetzt auf der gleichen seite angefangen und beendet dann hätte ich zwei dicke stellen hintereinander und das sieht manchmal gerade bei den gruppen gar nicht so nicht so gut aus nicht zu fest andrücken es soll ein sehr lockerer und grober lockerer Netzschal werden also nicht zu fest andrücken und jetzt kann ich die Enden die Zipfel einfach abschneiden so und habe einen Fadenwechsel gemacht und dann sehen wir uns wieder wenn es darum geht die franzenschal zu verarbeiten so fertig gewebt jetzt geht nichts mehr vorne ist alles zu und hinten das letzte aus der kette heraus gearbeitet mehr geht nicht ohne unsauberes fach zu kriegen nun schneide ich hier auf und der stange entlang der leiste entlang und nehme die kette ab jetzt schiebe ich den anfang einfach von der leiste runter und lege das auf mein klüppelkissen um die enden zu versäubern es geht natürlich auch ein polster lehne von einem sessel oder ähnliches und ich mache das gerne darauf weil ich das zur hand habe nun gehen die Knoten auf und da könnt ihr sehen wie leicht das funktioniert dieser Doppelknoten ist jetzt da alles locker ist ohne Probleme aufzumachen und man hat die Franzen frei eine andere Möglichkeit ist einfach durchziehen den Knoten nehmen und ziehen und dann aufmachen vielleicht seht ihr das den Knoten nehmen ziehen und so schleift sich das quasi von alleine raus das ist der vorteil von meinem anfang so nun geht es ans verknüpfen und ihr seht ich habe da schon einen anfang gemacht ich nehme einfach ein Bündel Fäden man kann drei nehmen man kann zwei nehmen man kann vier nehmen vier war mir zu dick und zwei zu dünn ich nehme jetzt drei und mache einen Überhandknoten und die Schlinge die rutsche ich nach oben bis zum Ende des gewebten sie ist fest und das mache ich dann mit allen Bündeln und jeder Knoten und jeder Knoten bekommt dann ein Nadelstich damit er sitzen bleibt denn ich muss noch eine zweite Reihe anfügen die zweite Reihe geht genauso ich nehme mir einen Fadenbündel auf einer Seite 1 auf der anderen Seite 2 Fasern dann mache ich einen Überhandknoten so und setze mir den Knoten dahin wo er hin soll hier in die Nadel rein ein bisschen aufdrücken da muss er hin gut und dann ziehe ich ihn fest und wenn ich möchte kann ich natürlich noch eine dritte Reihe dazu machen dazu muss ich dann die vorhergehende Reihe festpinnen und das gleiche noch einmal machen nochmal ein Überhandknoten und dann rutsche ich jetzt fehlt mir natürlich eine Nadel den rutsche ich dann dahin wo er hin soll so und dann wird er festgezogen mit den Fingern schön festmachen da sagt der jetzt kommt die Seite wieder einmal durch und wenn er nicht da sitzt wo er hin soll dann eben mit einer Stopfnadel dahin bringen wo er hingehört und festziehen und somit habe ich ein Netz geknüpft und das ist ein sehr schöner Abschluss für Schals oder auch für Bänder die man präsentieren möchte da ist das natürlich auch sehr schön so und das ist jetzt der letzte Schritt den ich machen muss und dann ist der Schal fertig und wir wir sehen uns wieder wenn ihr wollt natürlich beim nächsten Video da geht es um den Hund um die Hundewolle und ebenfalls ein Schal mit Muster in diesem Fall und den machen wir auch wieder auf meinem Tischwebstuhl bis dahin viel Spaß bei eigenen Versuchen und Projekten und tschüss für heute in diesem Video und dann ist das